Manche Gespräche funktionieren nachts am besten. In einer Studentenkneipe, wo so die Theke voller Aufkleber hängt, mit so einer Bilderwand mit verblichenen Fotografien und mit dem kalten Rauch vergangener Jahre in den Wänden. In einer WG-Küche nach einer Party, der IKEA Esstisch voll mit leeren Flaschen, wenn auch der harte Kern übrig ist, alles Menschen, die sich viel zu lange nicht gesehen haben. An einer Bushaltestelle, wenn der letzte Bus noch eine halbe Stunde weit weg ist und man sich die letzten zwei Zigaretten teilt. Oder auf Konfi-Freizeit, wenn die Konfis nicht nur im Bett sind, sondern auch endlich schlafen. Und wenn Tima und die eine oder andere Diakonin und der eine oder andere Pfarrer noch wach sind, sich den Bauch mit Haribo und Chips und Schokolade vollschlagen und über alles Mögliche reden. In der Predigt heute geht es um so ein Gespräch und dieser Hand aufs Herz etwas abgedrehte Text mit den Schlangen, den wir gerade gehört haben, gehört mit dazu. Denn darum geht es unter anderem in diesem Gespräch. In Jerusalem lebt ein Mann namens Nikodemus, ein Pharisäer, also einer, der seinen Glauben sehr ernst nimmt. Ein Gelehrter, der im Hohen Rat die Geschicke der jüdischen Bevölkerung der Stadt mitbestimmt. Mitten in der Nacht macht er sich auf. Mehrfach blickt er nervös über die Schulter. Während er durch die menschenleeren Straßen huscht, den Schal ein bisschen fester um Schultern und Kopf gewickelt. Er weiß, wo er hin will. In ein unscheinbares Haus am anderen Ende der Stadt. Dort hält er sich auf. Der, von dem Nikodemus so viel gehört hat. Und mit dem er sich jetzt endlich mal in Ruhe unterhalten will, von Mann zu Mann, von Lehrer zu Lehrer. Er guckt sich nochmal nach allen Seiten um, bevor er schließlich an die Tür klopft und ohne eine Antwort abzuwarten ins Innere huscht. Und da sitzt er am Tisch. Jesus aus Nazareth. Nikodemus geht mitten in der Nacht zu Jesus. Und wir können nur vermuten, warum das in der Nacht so ist. Vielleicht oder wahrscheinlich sogar, weil er nicht gesehen werden will, wenn er zu diesem Jesus geht. Weil er weiß, wie schnell sowas rumgeht. Weil er weiß, was seine Kollegen aus dem Hohen Rat von diesem Jesus halten. Vielleicht aber auch, weil er weiß, dass manche Gespräche nachts am besten funktionieren. Wenn niemand stört. Wenn man so ein bisschen leiser redet. Wenn man die Arbeitskleidung und die Rollen des Alltags auf den Stuhl legt. Und vielleicht denkt er auch an die vielen Menschen, die vor ihm in der Nacht etwas über Gott gelernt haben. Bis heute gilt in manchen jüdischen Strömungen die Nacht als die beste Zeit zum Bibelstudium. Eben weil da keiner stört, weil da nichts mehr zu tun ist. Und weil so viele Menschen in der Bibel nachts irgendwas über Gott lernen. Und vielleicht liegt dahinter auch eine sehr tiefe Wahrheit. So eine Erfahrung, die viele Menschen machen. In der Nacht gibt es was von Gott zu lernen. Dann, wenn das Getöse des Alltags schweigt. Wenn Zeit ist zum Denken und zum Hören. Wenn die Dinge auf den Tisch kommen. Und vielleicht gilt es auch im übertragenen Sinne. Viele Menschen, mich eingeschlossen und Sie wahrscheinlich auch, können Geschichten davon erzählen, wie sich ihr Glaube an den Bruchstellen des Lebens entwickelt und weiterentwickelt hat. Sie erzählen von Krisen, von nachtschwarzen Zeiten, in denen sie irgendwas über sich, über das Leben, über Gott gelernt haben. Zeiten, die nicht spurlos an ihnen vorübergegangen sind, aber aus denen sie verändert, gestärkt und erwachsener wieder herausgekommen sind. Nikodemus lernt in dieser Nacht etwas von Jesus. Und die müssen ziemlich lang da gesessen und sich unterhalten haben. Zumindest ist die Geschichte sehr, sehr lang. Deswegen lese ich die jetzt auch gar nicht im Ganzen vor. Wer es nachlesen will, Johannes 3. Das Gespräch ist echt schwer zu lesen und nicht so ganz einfach zu verstehen. Auch wenn es nicht ohne Humor ist. Aber immerhin unterhalten sich hier zwei religiöse Fachleute. Nikodemus stellt eine Frage, Jesus stellt eine Gegenfrage. Und in diesem ganzen Gespräch werden Nikodemus' Ansichten ziemlich auf den Kopf gestellt. Wie gesagt, das Gespräch ist gar nicht unwitzig. Aber es geht um große und um schwere Fragen. Um Fragen, die für uns heute vielleicht gar nicht so weit weg sind. Wer ist jetzt eigentlich genau dieser Jesus? Was hat der jetzt mit Gott zu tun? Und mit mir? Was heißt Glauben eigentlich konkret? Und was hat das Ganze eigentlich für einen Sinn, wenn eh alle sterben müssen? Und mitten in diesem Gespräch sagt Jesus einen Satz, der stutzen lässt. Ich weiß noch vor, mittlerweile, oh Gott, 13 oder 14 Jahren war ich gerade im Gemeindepraktikum. Und dann sagte mir mein Mentor, so, du darfst jetzt auch predigen. Und ich war total angefixt, weil ich dachte, endlich mal, ne, so. Und dann gab er mir den Text, der Predigtext ist und ich gucke und dieser erste Satz ist, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, muss der Menschensohn, also muss Jesus erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat. Das ist so das, was junge Theologiestudenten sich irgendwie wünschen für die erste Predigt, solche Sätze. Jesus spielt genau auf diese Geschichte an, die wir gerade gehört haben. Eine Geschichte, die, naja, die ja schon am frühen Sonntagmorgen rätselhaft ist und die, glaube ich, wenn man sie in der Nacht erzählt, wahrscheinlich noch ein bisschen gruseliger wird. Das Volk Israel ist in der Wüste unterwegs und ist wieder einmal ziemlich unzufrieden damit. Und da kommen giftige Schlangen, beißen nach rechts und links und diese Bisse sind potenziell lebensbedrohlich. Und Gott sagt zu Mose, gut, mach eine Figur von einer Schlange, so eine Statue aus Kupfer oder aus Eisen und dann steckst sie ganz hoch auf so einen Stock. Und wer gebissen worden ist, der soll auf diese Schlange gucken und wird gesund werden. In Statistiken darüber, wovor Menschen Angst haben, rangieren Schlangen in der Regel sehr weit oben. Neben der Angst vor dem Tod und der Angst vor Dunkelheit. Sogar in Westeuropa, wo das giftigste, was einem passieren kann, eine Kreuzotter ist, nach deren Biss man sich in der Regel nicht mal krank schreiben muss. Umso größer wird die Angst unter den Israeliten in der Wüste gewesen sein, als die Schlangen eine sehr reale Bedrohung darstellten. Und es ist schon an sich ziemlich heftig, gerade da, gerade an diesem Ort, in dieser Situation, so ein Nachbild von so einer Schlange aufzustellen. Und dann noch zu sagen, guck dahin, zwing dich, Beschäftige dich mit dem, wovor du die größte Angst hast. Das ist das, was dich heilt. Das ist eine heftige Form der Therapie. Aber, wie wir wissen, eigentlich die einzig Wirksame. Wer an so einer echten Phobie leidet, also einer krankhaften Angst, die das ganze Leben einschränkt, vor dem Fliegen, vor Spinnen, vor Schlangen und so weiter, für den gibt es die sogenannte Konfrontationstherapie. Also man wird immer mehr mit dem konfrontiert, wovor man Angst hat. Angenommen, weiß ich, was da so bei Ihnen sind, Mäuse, Spinnen, Schlangen, ich kann mich mal outen, bei mir sind es Schmetterlinge. Sie werden mich nie mit einem Schmetterling in einem Raum zusammen sehen. Aber ich mache nicht so eine Therapie, weil ich finde das vollkommen okay. Das sind einfach eklige Tiere. Also man macht da eine Reihe von Therapiesitzungen und zuerst kriegt man so ein gezeichnetes Bild zu sehen. Von Schmetterlingen, ja, ärgern Sie mich nicht. Dann kriegt man ein Foto zu sehen. Dann kriegt man so ein, das Tier so eingesperrt zu sehen. Und es endet dann mit der letzten Sitzung damit, dass man eine Spinne, eine Schlange, meinetwegen auch ein Schmetterling, auf die Hand nimmt. Ich kenne Menschen, die das gemacht haben, bei denen das funktioniert hat. Eine Bekannte von mir, die hat in ihrer Wohnung so ein ganz großes Bild von einer Spinne. Und als wir das zum ersten Mal bei ihr gesehen haben, waren wir alle ziemlich überrascht, weil die nämlich eine panische Angst davor hatte. Aber die hat eben diese Angst überwunden. Und für sie ist das Bild von dem, wovor sie die größte Angst hatte, zu einem neuen Symbol geworden. Zu einem Symbol für Überwindung, für die eigene Kraft, für neu gewonnene Lebensqualität. Und ich glaube, so arbeitet Gott. Ich glaube, Gott kann das. Aus dem, wovor wir die größte Angst haben, eine Kraftquelle machen. Das berühmteste Beispiel hängt hier vorne an der Wand. Das Kreuz. Das ist eigentlich ein Folter- und ein Hinrichtungswerkzeug. Ein Symbol für einen schmerzhaften und schmachvollen Tod. Aber für Christinnen und Christen ist es zum Symbol für das Leben geworden. Für das Leben schlechthin. Für ein Leben, das größer ist als der Tod. Wie Moses in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit wir das ewige Leben erlangen. Damit unsere Angst vor dem Tod gebrochen wird. Damit wir sehen, es gibt etwas, das größer ist, mächtiger, weiter und liebevoller. Damit die ganze Energie, die in die Sorge um das Leben nach dem Tod gelegt wird, in ein Engagement für eine bessere Welt fließen kann, in der der Tod immer weniger das Sagen hat. Das ist das, was ich dir, Linus, heute mitgeben möchte. Ich würde dir gerne sagen, dass ab der Taufe dein Leben ganz frei von Sorgen ist, frei von Schmerzen und frei von Angst. Weil jeder hier im Raum kann dir sagen, das ist leider nicht so. Aber nichts, überhaupt gar nichts und niemand wird jemals so groß und so schlimm und so mächtig sein, dass es dich von Gott trennt. Im Gegenteil. Gerade in schwierigen Zeiten kann es sein, dass Gott dir besonders nahe kommt und dir einen Weg zeigt. Raus aus der Angst, raus aus der lähmenden Verzweiflung, raus in die Freiheit. Der Taufspruch, den du dir ausgesucht hast, passt, finde ich, wie dafür gemacht dazu. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft. Vor wem sollte mir grauen? Vielleicht funktionieren deswegen manche Gespräche nachts am besten. Wenn wir im Dunkeln angestrengt nach verdächtigen Geräuschen hören und zusammenzucken, wenn sich irgendwo ein Schatten bewegt, wenn wir leise reden. Weil wir in solchen nächtlichen Gesprächen ganz oft ehrlicher sind. Ehrlicher mit uns selbst, ehrlicher miteinander. Weil Dinge auf den Tisch kommen, die bei Tageslicht schwer zu erzählen sind, die aber gesagt werden müssen. Weil bei solchen Geschichten und bei solchen Gesprächen Gott selbst mit am Tisch sitzt und diese Offenheit segnet und manchmal schon am nächsten Morgen die Welt in einem anderen Licht erscheinen lässt. Das nehme ich mit aus dieser immer noch sehr seltsamen Geschichte mit den Schlangen, aus diesem nächtlichen Gespräch zwischen Nikodemus und Jesus, dass Gott sich in der Nähe meiner größten Ängste aufhält, dort auf mich wartet und dort Wunder tun kann. Amen. Das Kreuz ist aufgerichtet, der große Streit geschlichtet. Das Kreuz ist aufgerichtet, Jesu Neustadt. Das Kreuz ist aufgerichtet, bis zum nächsten Mal.